So, liebe Elder Scrolls Online-Fans, ich steh grad hier in der Nähe von zwei NPCs, die unterhalten sich die ganze Zeit schon fleißig. Wollte ganz gerne mal so ein bisschen die zwei Monde mit dazu nehmen, weil wir befinden uns ja gerade auch in der Nähe der Plantage. Also, heute ist die Folge, indem wir nach Mistral kehren oder einkehren. Das ist die größere Stadt hier in, ich hab's schon wieder vergessen, Kenatisrast, ne? Genau, Kenatisrast, so heißt das Gebiet. Oben sieht man's auch, schaut mal da oben, ist ja schön. Es ist immer noch Sonntag, 21.46 Uhr, ihr seht mal, ich hab jetzt wirklich schon so viel gespielt und so viel an einem Tag aufgenommen. Ähm, ich hoffe, ich werde auch, wie gesagt, euch die Folgen, sobald ich sie fertig gerendet habe, immer hochladen und euch präsentieren. Also, vollkommen Upload-unabhängig. Äh, da gibt's keinen Upload-Plan. Die Videos werden so veröffentlicht, wie es passt. Es ist ein MMO und daher, ähm, gibt es da ein bisschen mehr Folgen, wie vielleicht bei einem anderen Spiel, was ein Happy End hat. Ähm, hier ist es eher eine Langzeitgeschichte. Also, nach Kenatisrast muss ich, ich muss mich erstmal orientieren, in welche Richtung ich da laufen muss. Ja, eigentlich ganz einfach, denn man sieht auch Kenatisrast so ein bisschen, oder? Ist es da vorne schon? Ne, so weit ist es noch nicht. Wir müssen erstmal die Straße entlang. Versuchen wir mit Lily, so heißt meine Stute hier, auf der ich reite, um es ein bisschen zu treiben, um die Sporen zu geben, dass wir ein bisschen zügiger ankommen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eine Laute beobachten dürfen, oder eine der Spieler hatte hier eine Laute, mit der man denn selber spielen kann. So einen Teil brauche ich unbedingt. Das steht bei mir ganz oben auf der Prioritätenliste. So, ich versuche mal hier so ein bisschen querfeld einzulaufen. Hier ist ein Donnerkäfer. Vorsicht. Den lasse ich einfach mal liegen. Ah, jetzt hat er mich abgeworfen. Sehe einen an. Oh, na los. Ich will ja gar nicht kämpfen, deswegen gehe ich einfach auf die Flucht nach vorne an und haue einfach ab. Autsch. Und da vorne sehen wir, das Leuchten, das ist Kenatisrast. Und da will ich jetzt hin. Ich gucke mal. Ich glaube ja hier über den... Wow, da kommen sie die Käferlein. Mit denen ich mich aber jetzt nicht anlegen wollte. Da drüben brennt schon ein Alt hier. Oh, er kann schon heilen. Gut. Ah, sieht einer an. So, sprecht mit Rasum da. Den kennen wir auch schon. Ganz zu Beginn von Kenatisrast. Also als wir hier angekommen sind in der Provinz, haben wir ihn ja schon kennengelernt. Wir laufen erstmal Richtung Stadt. Oh, was ist denn das hier? Fässer. Zum Durchsuchen, dünne Brühe. Ich will endlich auch mal zu ein paar Händlern und mich meiner Sachen entledigen. Zumindest mal die Ressourcen, die ich so habe. Oder Handwerksgegenstände, so muss man sagen. Da haben wir ihn ja. Rasum da. Dieser hat so einiges gehört. Ihr hattet viel zu tun. Gut. Ihr passt nun besser dazu als jemals zuvor. Was habt ihr zu erzählen? Achso, sorry. Manchmal verlese ich mich einfach. Ich habe die Probleme in den zerrütteten Untiefen und im Tempel der trauernden Quellen beseitigt. Ihr seid eindeutig dazu ausgerissen gewesen, uns zu helfen. Jona und Yoda haben einen Sinn für Humor, ja? Und natürlich, denkt Ras, dass Diskretion belohnt werden sollte. Okay, den muss ich auf jeden Fall mal behalten, den... Bleibt bei Verstand, mein neuer Freund. Die Häuser Mistrals ziehen dunkle Schatten und Wippern lauern im hohen Gras. Was meint ihr? Mistral ist das Juwel der südlichen Meere. Ein freier Hafen mit Handelsverbindungen nach halb Tamriel. Botschafter des Dominions sind vor Wochen eingetroffen, um über seinen Beitritt in die Allianz zu verhandeln. Leider ging dies nicht reibungslos vonstatten. Warum? Was ist geschehen? Kenartis Rast hat ein altes Abkommen mit den Maorma. Sie behaupten, die Flotte des Dominions hätte in ihre heimatlichen Gewässer vordringen wollen. Das ist bei den Verhandlungen eine echte Streitfrage. Der Silvenar könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sucht ihn und gebt ihm diese Marke. Dann wird er wissen, dass ihr ein Freund seid. Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seine südlichen Küste nur unzureichend beschützen können. Aber wir sind nicht hier, um irgendetwas zu erobern. Der Silvenar weiß das. Er ist in der Kanzlei und sucht nach einer friedlichen Lösung. Okay. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen vom Dominion. Die Hochelfen, Waldelfen und Kajid haben sich unter dem Adlerbanner vereint. Sie möchten unsere Grenzen vor Invasoren sichern. Vor dem Bündnis und dem Pakt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Und natürlich führt Königin Airen unser Dominion. Okay. Und wer seid ihr wirklich? Razumdar ist nur ein einfacher Kajid. Er wünscht sich nur das Beste für die Leute von Tamriel. Und einen Sattel, der den Schwarz nicht einklemmt. Eines Tages... Okay, alles klar. Da wären wir. In Mistral. Ähm, ich will mich schon mal gleich am Anfang ein bisschen umschauen. Denn hier überall gibt es Händler. Ach, schau mal. Das sind die Erste. Ich grüße dich. Ich sehe die Freude in euren Augen. Ihr wollt etwas Besonderes, ja? Was habt ihr anzubieten? So, dann schauen wir doch mal. Also hier können wir einkaufen, aber wir wollen erst mal verkaufen. Ich habe ja so viel Zeug eingesammelt. Den Rattenquetscher, den Streitkolben, den Breitkopfschild, Eisenstulken. Hm. Das ist alles nichts wert. Hm, Fackelkäfer, Melasse. Warum haben sie die nicht gestapelt? Stellt sofort 18 Leben wieder her und heilt euch 10 Sekunden lang. Das kann ich mal in meine Schnellauswahlleiste legen dann später. Eisenerz. Krabler ist auch nichts wert. Handgesponnene Robe. Da ist meine Zuckerkutte doch ein bisschen besser, ne? Äh, tun wir die mal weg. Rohlederfetzen. Kann ich auch selber verarbeiten. Ahorn. Wiederherstellungsstab kann weg. Der Ahorn Wiederherstellungsstab kann weg. Eisengroßschwert, Eisenstreitkolben. Handgesponnen. Eisenpanzerschuhe habe ich da an. Die kann ich mal anlegen hier. Die Geschichten. Die riste ich mal aus. Die Haarsackskettenhemd weg. Die weg. Die Beine weg. Und Korund. Aha. Im nordischen Stiel. Stiel. Äh, Roben. Die Rohlederschoner. Ja, ich habe echt eine ganze Menge eingesammelt. Äh, Skapell. Das kann mal. Das kriege ich bloß zwölf Goldstecke. Auch hierfür nur 50. Das ist nicht viel. Da haben wir noch einen weggeworfenen Ahornstab und den Wurzelspalter. Einhändige Axt. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen Gold zusammen. 1200. Das ist ordentlich. Und hier gibt es später dann gesammelte Allianzpunkte. Damit kann man auch einkaufen gehen bei diversen Händlern. Aber das kommen wir später darauf zu. Das ist dann im Zuge der PvP-Geschichten. Genau. Alles reparieren. Äh, Rüstung. Das kostet mich 43 Gold, das reparieren. Ja, dann reparieren wir mal. Nehmen wir das auch mal mit gleich. Materialien sehen wir hier. Alles schön sortiert. Verschiedenes ebenfalls. So wie auch Trödel. Trödel sollte man immer direkt verkaufen. Klasse. Im Einkauf habt ihr einfache Köder. Reparaturwerkzeug. Und, ähm, hier könnte ich jetzt Schlückchen des Lebens kaufen. Aber solche Sachen, da bin ich eigentlich ein Fan davon, dasselbe herzustellen, sowas. Ähm, um auch ein bisschen die Welt kennenzulernen. Und auch einzelne, wie soll man sagen, einzelne, äh, Handwerksschritte auch mal wirklich selber zu vollziehen. So, ne Feuerstelle. Kann ich denn schon was braun? Ich guck mal, ob ich, ja, ich kann schon Getränke. Schaut mal. Dunkles Fleischbier kann ich braun. Dafür brauche ich nur vier altes Fleisch und braunes Malz. Und dann kann ich mit er das herstellen. Machen wir gleich mal. Ah, vielleicht noch eins, oder? Der. Faulmeat kann ich auch noch herstellen. Mit Maisbrei und altes Fleisch. Klasse. Und kochen kann ich noch nichts. Da fehlen mir noch die Zutaten, bitte über so Rezepte. Wer streitet sich denn hier? Hey, das war nach drei Schluck Trübaugenbrandy und einer Flasche Mondzuckergeich. Ihr habt Glück noch am Leben zu sein. Das hatte ich vergessen. Sie mischen die Getränke hier mit Mondzucker. Ja, wie in den meisten. So, in die Lur so was hat er anzubieten. Ihr seid auf der Suche nach Kraft. Ich kann es in euren Augen sehen. Schaut euch meine Waren an. Ich bin sicher, ihr werdet das finden, wonach ihr sucht. Was habt ihr anzubieten, Mystiker? Seelensteine. Wird zum Einfangen von Seelen der Stufen 1 bis 9 verwendet. Ich kaufe mir einfach mal einen. Mal gucken, für was ich den noch verwenden kann. Verkaufen kann ich bei ihm jetzt nichts. Aber den würde ich mir ganz gerne noch aufbewahren. Um nur mal zu schauen, wenn ich dann die Gelegenheit habe, was ich mit diesem anstellen kann. Dann muss man ja auch alles erstmal ein bisschen rausfinden und gemütlich vorankommen. Ich gucke mal kurz, was ist mit ihm da? Schleicht denn der hier rum, der Bettler? Wenn ich mal auf die Karte gucke, sehen wir hier alte Sägespäenmühle. Da ist eine Schreinerbank, eine Splitter... Schlitterpranken und einen Itelen Deal. Das ist wahrscheinlich ein Charakter. Hier haben wir noch die Seegler aus Verzauberungen und Alchemie. Aber Alchemie ist bei mir ganz groß im Fokus. Verzauberungen sind auch nicht schlecht. Aber erstmal würde ich mich ein bisschen auf Alchemie konzentrieren, um Tränke zu brauchen. Passt auch super zu einem Magier, meiner Meinung nach. Verzauberungen ja eigentlich auch, ganz klar. Schauen wir doch mal. Hier ist der Verzauberungsspezialist. Verzauberungstisch. Schauen wir nochmal drauf. Verzaubern, Herstellung. All eure Runen in eurem Inventar werden im Herstellenmenü angezeigt. Ihr könnt eure Macht, Essenz und Aspektrunen finden, indem ihr die entsprechenden Reiter oben im Herstellenmenü anklickt. Willt eine Rune jeder Art, indem ihr sie doppelt klickt. Sie werden dann im entsprechenden Runenplatz angezeigt. Wenn die drei Plätze am unteren Rand des Bildschirms belegt sind, könnt ihr R drücken, um eine Glühve herzustellen. Drückt F1, um mehr zu erfahren. Können wir mal machen. Hier macht er jetzt keinen F1. Wenn ich jetzt F1 mache... Ach, das ist die ganze Hilfe. Alles klar. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, ne? So, der Verzauberungstisch. Ähm, ich muss so eine Rune hier reinfügen. Ah, mir fehlt eine viereckige Rune, seht ihr? Eine Runde hätte ich auch, aber keine viereckige, ihr seht. Schade. Sonst könnte ich jetzt schon, äh, eine Verzauberung auswählen. Wir schauen mal. Oder, wartet mal. Verzauberung. Ja, alle hat er angezeigt. Macht, Essenz und Aspekt. Man muss immer von allen eine haben. Dann kann man das machen. Ich geh mal kurz zum Händler. Verzaubern leicht gemacht. Untersuchen. Von Angelt nach Runen. Schritt 1. Findet Runen. Vor Jahren fielen mir beim Fischen in Schwarzmasch leuchtende Runen auf. Zuerst dachte ich, dass das Ehrlichter wären. Zumeist findet man sie an gefährlichen Orten. Also seid vorsichtig. Haltet Ausschau nach den rechteckigen Steinen, auf denen die Runen liegen. Okay. Ich seh schon. Da müssen wir uns noch ein bisschen genauer mit befassen. Ähm, immer falsche Regen. Ich habe nichts zu stehlen oder zu verkaufen. Keinen Zucker. Nichts. Okay, dann. Tschüss. Haranweh. Spitze Metallteile oder Eisenhüllen sind schön und gut. Zumindest für einen gewöhnlichen Abenteurer. Aber das Geheimnis von Verzauberungen zu verstehen, das gebührt dem edlen, weitgereisten und intelligenten Abenteurer. Was habt ihr anzubieten für Verzauberungen? Die hat schon direkt Glyphen, die ich kaufen kann. Kann nur auf Gegenstände der Stufe 1 bis 10 angewendet werden. Hier zum Beispiel die unbedeutende Glyphe der Ausdauer. Gewährt 7 maximale Ausdauer. Hier haben wir eine, die verringert die Ausdauerkosten von Fähigkeiten um 3. Verursacht 3 Flammenschaden. Eine Waffenglyphe, eine Waffenverzauberung. Gewährt 7 maximale Magika. Verringert die Magika-Kosten von Zaubern um 3. Verursacht 3 Kälteschaden. Waffenverzauberung. Gewährt 10 maximales Leben. Verursacht 3 Schockschaden. Ist natürlich die Frage, jetzt kaufe ich so eine Glyphe für 50 Gold, dass es nicht so viel ist, wenn man 1000 Anwalt hat. Aber ich würde dann mal das hier nehmen. Das ist eine Schmuck-Glyphe. Rüstungs-Glyphe. Man muss halt schauen, was für eine man verwendet. Weil Schmuck habe ich ja noch keinen. Demnach wäre die Magika-Glyphe hier für meine Rüstung ganz interessant. Kaufe ich mal. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Wenn ich diese jetzt anwende. Zum Beispiel meine Zuckerkutte. So. Als Trödel markieren. Gegenstand melden. Wenn ich die jetzt hier. Ihr könnt das nicht tragen. Muss ich vielleicht an den Magikertisch gehen? An den Verzauberungstisch? Herstellen. Verzaubern. Hm. Wie machen wir das jetzt? Verwerten. Verzaubern, verwerten. All eure Glyphe in eurem Inventar, die verwertet werden können, werden hier angezeigt. Okay. Ach, ich kann die jetzt verwerten. Wenn ich jetzt die da reinfuhre, kann ich sie verwerten und bekomme dann wahrscheinlich Runenstaub oder sowas davon, ne? Also, solche Runensteine. Nehme ich mal an. Ich will die jetzt aber nicht kaputt machen. All schließen. Schauen wir doch mal, dass ich die... Kann ich die nicht verwerten? Repf reparieren. Ist schon vollständig in Ordnung. Wie können wir jetzt die Rune... Rüstungsglyphe, wie können wir die jetzt... da drauf tun? Weil so geht's nicht. Fesseln hab ich da noch. Schultern. Ihr könnt das nicht tragen. Stufe 4, Wert 15. Kann nur auf Gegenständen der Stufe 1 bis 10 angewendet werden. Rüstungsglyphe, verzaubern. Vielleicht muss ich auch erst das Verzaubern lernen, ne? Wir gucken mal ganz kurz, damit wir das mal geklärt haben. Das würde mich schon mal interessieren. Äh, Schlüsselwort, verzaubern. Gegenstände. Waffen haben unterschiedliche Schadenswerte. Rüstungswerte. Glyphen. Können verzaubert werden. Es ist auch möglich, Verzauberungen zu überschreiben. Um dies zu tun, müsst ihr Glyphen an einem Verzauberungstisch herstellen. Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr euer Inventar öffnen, indem ihr i drückt, klickt dann mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand, den ihr verzaubern wollt, und wählt Verzaubern aus dem Menü. Doppelklickt auf die Verzauberung, die ihr anwenden wollt, und drückt dann i. Wahrscheinlich kann ich noch gar nicht so gut verzaubern. Deswegen kann ich hier an der Stelle auch noch nicht das auswählen. Ah, hier, doch, den könnte ich auswählen. Handgesponnene Beinkleider. Ah. Die auswählen? Weil das Ding schon wahrscheinlich eine Verzauberung hat. Ich verstehe. So, jetzt ist meine Hose verzaubert. Plus sieben maximale Magiker. Nur mal so als Beispiel. Haben wir das mal, äh, geklärt. Sehr schön. Hier ist eine Truhe. Ich will die Truhe aufmachen. Ne. Gehen wir mal weiter zum Archimisten. Und das alles in der Nacht hier, ne? Schauen wir mal, was der anzubieten hat. Wer ist das hier? Haiba? Ich bin nicht ans Betteln gewöhnt, aber mit so vielen zu stopfenden Mäulern habe ich wohl keine andere Wahl. Er kann dir jetzt kein Geld geben. Hab auch nicht viel. So, Alchemie für meinen Lehrling. Von ihr wisst schon wem. Auch wieder eine ganze Menge. Ähm... Walashi. Ich mische lieben gern verschiedene Reagenzien. Versuche verschiedene Dinge. Nun, ich habe mir das Fell ein, zwei Mal mit unerwarteten Ergebnissen verbrannt. Aber Alchemie ist für die Abenteuerlustigen, sage ich immer. Hm, was hast du anzubieten? Okay, nur Tränke. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht schon was mischen kann. Das, denke ich mal, verhält sich ähnlich. Gemeinsame Eigenschaften der Reagenzien bestimmen die Art der hergestellten Tränke. Wenn ihr an einem Alchemietisch arbeitet, werden alle Alchemiematerialien eurem Inventar im Herstellmenü angezeigt. Okay. Ihr könnt sowohl nach Reagenzien als auch Lösungsmitteln sortieren. Indem ihr die entsprechenden Reiter wählt, wählt die beiden Reagenzien, die ihr vermischen möchtet, indem ihr sie doppelt klickt und wählt dann das Lösungsmittel. Ah. Indem ihr das gleiche tut. Wenn alle drei Plätze am unteren Bildschirmrand gefüllt sind, könnt ihr R drücken, um einen Tränke herzustellen. Angezeigt. Okay. Reagenzien. Lösungs... Ja, das wäre jetzt... Lösungsmittel, Wasser. Ich habe alles. Jetzt habe ich... Ich habe keine Reagenzien. Schade. Ah, ich muss erst mehr sammeln. Ich muss viel mehr, viel mehr sammeln. Hier waren wir ja eben schon, genau. Schade. Das heißt, Augen offen halten in Zukunft, dass wir da mehr herstellen können. Aber ein paar Sachen habe ich ja schon eingesammelt, die ich ja verwerten könnte. Ich gucke nochmal ganz drauf der Karte. Hier waren wir. Feuerstelle. Wir gehen mal da zu diesem Holzding. Ich habe ein bisschen Holz eingesammelt auf unseren ersten Wegen. Vielleicht kann ich die ja verwenden. Ach, da oben muss ich hin. Na rein. Komm, da hin. Da braucht man ja ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ach, mit Alt kann man auch die Karte einfach so einzeigen lassen. Das ist ja interessant. Ich dachte nur mit M ginge das. Hier sind wir. So. Hat doch einer einen schönen Stab für mich, hier zu verkaufen. Das sieht auf jeden Fall nach Stäbe aus, was er hier hat. Oder? Ich rede mal mit ihm. Ich habe viele Qualitätswaren aus den besten Hölzern Tamriels. Möchtet ihr meine Waren anschauen? Dann zeigt mal her. Der hat Stäbe. Wir sortieren jetzt mal nach Preis, den teuersten. Ahorn, Inferno-Stab. Flammenstab. Zweihändig. 20 Schaden. Stufe 5. Wert 24. Nur. Meiner ist verziert. Er erzielt bei Händlern einen um 125% höheren Verkaufspreis. Deswegen 40. Nehmen wir den Ahorn-Wiefern-Stab? Ahorn-Inferno, nicht Wiefern. Was erzähle ich denn? Ahorn-Blitz-Stab. Nur 18. Ja, den würde ich ganz gerne kaufen. Und schon bin ich arm. Dann kann ich ja meinen... Äh... Ausrüsten. Dann kann ich den mal verkaufen. Sehr gut. Sehr gut. Das Faulme, was ich hergestellt habe, ist auch was wert. Aber mehr habe ich leider nicht. Leuchtfeuer der Goldflotte. Das ist... Und das ist der Heiler-Stab. Den würde ich ganz gerne noch behalten. Leuchtfeuer der Goldflotte. Hat aber auch schon Schaden 15. Hätte man auch verwenden können. Um 16% erhöhter Effekt vom Waffenzaubern. Dieser Stab summt leicht, wenn man ihn fest mit beiden Händen umschließt. So... Da ist noch eine... Ah... Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, die Rune. Das waren, glaube ich, die Schatzkarten, die ich eigentlich noch zu bekommen habe. Ah, nee. Ach, schau mal an. Ein toller Rüchte. Und die hätte ich mal gut gebrauchen können, die ganze Zeit, ne? Alles nehmen. Ja, können wir jetzt verkaufen. Schade, ich habe die Rune gar nicht aufgemacht. Aber das macht ja nichts. 6% mehr Erfahrung im Umgang mit dieser Rüstungsart. Besser als die Zuckerkutte? Ja, eigentlich ist sie nicht besser als die Zuckerkutte. Hat ein bisschen mehr maximales Leben. Lehren, aber die 6% mehr Erfahrung mit Umgang mit dieser Rüstungsart. Naja. Verkauft. Und hielt es aus. So, jetzt ist der Bogen. Verkauft. Jetzt habe ich ja den Ahorn-Inferno-Stab. So, was kann ich denn hier machen an der Schreinerbank? Schmied veredeln. Ich glaube... Material benötigt mindestens 10 Stück. Unbearbeitetes Ahorn. Ich brauche, glaube ich, 10 Ahorn, oder? Veredeln. Herstellen. Das verhält sich, denke ich, mal so ähnlich. Ich kann jetzt einen Bogen zum Beispiel herstellen. Einen Bogen. Dafür brauche ich Material. Drei solche geschliffene Ahorn. Dann den Stiel bräuchte ich bretonisch. Und Eigenschaften nochmal. Äh, verwerten. Ne, möchte ich auch nicht. Aufwerten. Habe ich. Aufwerten. Erfolgschance. Wird eine Waffe. Ah, da brauche ich Turpen. Erhöht die Qualität von Erlesen auf Überlegen. Ja, hätte ich gern. Turpen habe ich leider nicht. Wenn man das alles machen kann. Analysieren. Schreinern. Analysiere. Wählt eine Eigenschaftenlinie, indem ihr die Pfeilsymbole nutzt, wenn ihr einen Gegenstand in eurem Inventar habt, deren Eigenschaft analysiert werden kann. Wird euch diese als Erlernbar angezeigt. Doppelklickt auf die Eigenschaft, die ihr erlernen wollt und drückt dann R zum Bestätigen. Wird den Gegenstand verbrauchen. Widerherstellungsstab, Inferno-Stab. Null Eigenschaften erlernbar. Ich gehe mal so ein bisschen durch alle durch hier. Ne, hier hätte ich was verfügbar. Sechs Stunden? Sechs Minuten? Sechs. Was ist denn das? Sechs Stunden? Sollen wir das mal erlernen? Aber hier, analysierbar. Erfüllt. Ah, hier kann ich analysieren und klicken. Dann mag ich mal, oder? Wählt einen Gegenstand, dessen Eigenschaften ihr analysiert. Diese Analyse eines Gegenstandes zerstört ihn. Oh, nö. Nö, dankeschön. Das heißt, Sachen behalten und dann analysieren. Interessant. Was können wir denn hier noch irgendwo was machen? Schreinerei für Einfallspinsel. Ich muss mir die ganzen Bücher nochmal zur Gemüte führen. Warum kann ich bei der Schreinerbank eigentlich nicht veredeln? Ähm, ich hab neun. Brauch aber zehn. Okay. Kann zu geschliffenem Ahorn verarbeitet werden. Alles klar. Ich muss einfach viel mehr sammeln. Ich hab viel zu wenig gesammelt. Ein bisschen Eisenerz hab ich doch. Vielleicht kann ich ja damit was machen. Schauen wir doch mal hier. Einführung in das Schneidehandwerk. Hab ich auch noch nichts gesammelt, Jute. Von der zerbrochenen Maske. Äh. Munanir. Ohne eine gut gefertigte und erhaltene Waffe endet ihr vielleicht als Mahlzeit für ein wildes Tier. Oder schlimmer. Dort draußen gibt es allerlei Gefahren, mein Freund. Was hast du denn anzubieten? Hm, ja. Äh, Waffen. Die für mich jetzt nicht so interessant sind. Was hätten wir hier? Rüstungsmacher. Okay. Rohleder, mittlere Rüstung. Leichte Rüstung. Aber alles teuer, ne? Ihr seht. Da hab ich jetzt viel ausgegeben für meinen Stab. Bolgas. Inselbäschen, ne? Hab ich immer noch. Ja, das gleiche wieder. Das haben wir schon gelesen. Was haben wir hier drüben? Rüstungen der Eisenrinde. Grundlagen der Schmiedekunst. Ähm. Ausrüster zur Knochenahle. Kann ich nicht benutzen. Das hab ich auch schon gelesen. Den haben wir hier. Ausrüster. Ach, das ist sie, oder was? Ah, ne. Kann ich auch nicht benutzen. Hier stehen ein Haufen Schmiede, die alle was produzieren. Ich geh mich auch mal an die Schmiede, oder? An den Ambus, oder? Kann ich hier was machen? Mondfeuerschmiede? Ne, anscheinend nicht. Schneidertisch. Okay. Ich kann Rohlederfetzen veredeln. Weil ich... Ah, klasse. Okay, da hab ich genügend. Dann wollen wir es nochmal veredeln. Saum und Rohleder hab ich bekommen. Okay, super. Ja, das verhält sich ja alles recht ähnlich. Material 7 bis 13 Jute brauche ich. Ähm. Stil hab ich bisher nur breptonisch, aber mir fehlt da, glaube ich, diese Glyphe. Oder diese Stil, äh, Molypden. Interessant. Herstellen kann ich leider noch nichts. Sonst würde er mir anzeigen. Schade. Verwerten auch nicht. Und aufwerten sowieso nicht. Und analysieren. Würde auch wieder was zerstören. Gut. Ähm. Wo kann ich denn mein Eisen verwerten, was ich gefunden hab? Nicht hier? Ich dachte, ich könnte... Das ist die Schneiderbank. Und das ist, äh, nichts hier, oder? Doch. Schmiedestelle. Ah, da ist es. Ja. 27 Stück hab ich. Also, wollen wir mal veredeln. Ein Hohenstein, ein Rubin, ein Eis... Und acht Eisenbarren. Das Ganze nochmal. Und das gleiche Türkis noch gekriegt. Sehr gut. Kann ich hier was herstellen? Fehlt mir auch wieder, der Stil. Schade. Schade. Ohne den kann man nichts, kann man gar nichts herstellen. Da muss man sich erst noch ein bisschen in der Welt bewegen. Und dementsprechend, ja, auch aufpassen, was man... Man muss halt viel einsammeln. Viele Reagenzien, viele Ressourcen. Damit man erstmal wirklich was herstellen kann. Oh, das sieht ja klasse aus, was ist denn da los? Eine Feuerwand, guck mal, was er da baut. Infernius von Grüfen. Jo, der macht Feuer hier. So. Okay, der hat ja auch leichte Rüstung, ne? Wir gucken mal, wo sie hier sind. Noreal, genau, haben wir ja alle mit angesprochen. Hier wäre Feuerstelle. Grildoril. Fischfängerin. Guteck. Da ist ein Wegschrein. Sanastro spricht mit dem Silvinao. Okay. Ja, haben wir mal einen kleinen Überblick gekriegt. Von den Berufen. So grob, also wirklich nur grob. Da fehlt noch eine ganze Menge. Ich guck mal, ob ich noch... Ich hab aber noch einen Fertigkeitspunkt. Ich könnte jetzt eigentlich in Alchemie was reinstecken. Aber ich würde ganz gerne, bevor ich hier was reinstecke, erstmal... ...überhaupt was hergestellt haben. Geschulter Blick, Reagenzien. Ihr findet Reagenzien viel leichter, wenn sie 20 Meter oder weniger entfernt sind. Hey, genau das nutze ich jetzt mal. Das wird euch einen Fertigkeitspunkt kosten. Alles klar. Jetzt finde ich Reagenzien viel leichter. Klasse. Das gilt auch hier. Für Erze kann man das machen. Für Fasern. Für Schreinerei kann man das machen. Für Versorgung. Ach, achso. Versorgen ist... Helft mir. Komm jetzt grad nicht drauf. Kochen. Und bei Verzaubern geht das auch. Genau. Aber Rang 2 bei Verzaubern. Alles klar. Jetzt bin ich auch schon mal da ein bisschen... ...fitter. Mal einen Fertigkeitspunkt in die Berufe gesteckt. Für die Alchemie. Um Reagenzien auch zu finden. Ähm, da geht's zum Silviner. Da wollte ich... Das wollte ich erst in der nächsten Folge durchmachen. Und seht einen echten lebenden Hund von den fernen Stränden Glen Umbras. Lass den Hund frei. Haltet Abstand von der Bestie. Was? Ich kann ihren Geruch nur ertragen, weil ich ihm so lange ausgesetzt war. Ach, du blöde... Du blöde Mietze. Das ist ein Hund. Ah ja, weil sie Katzen sind, dann sperren sie die Hunde ein. Er ist gut eingesperrt. Ich würde ihn freilassen. Du blöde. Tahara würde ihm nicht das Fleisch von euren Knochen reißen lassen. Ja klar. Der ist total niedlich. Wer singt denn da? Da oben? Ja. Oh. Ich will auch so eine Laute. Ich gebe es nicht gerne zu, aber dieser Ort versprüht einen gewissen Charme, wenn er nur sauberer wäre. Okay. Der Ausblick ist wirklich bezaubernd, wenn nur die Gerüche nicht hochziehen würden. Okay. Die Verschmelzung ist Nasen. Okay, das ist aber kein schönes Gasthaus. Ich hoffe, dass mir einer mal hier eine Laute verkauft. Das ist ein Spieler. Ein Dominion-Flugblatt. Das haben wir schon gesehen. Genau. Mit dem Landurlaub. Das Bücherregal. Der gewundene Pfad. Wer würdig ist, dem erteilt die Geisterschlange ihren Segen. In Ordnung. Pulemu. Pulemu heißt euch willkommen, verehrter Gast. Und hofft, dass sie euch dienen kann. Was habt ihr anzubieten? Dietriche. Ja, keine Laute. Danke. Nachtisch. Nichts. Olvanaya. Ich hoffe, dass Hinamu wieder zu Sinnen kommt. Seit Großmutter gestorben ist, ist er nicht er selbst. Er hat noch nie tief geschlafen. In letzter Zeit wandert er nachts durch Mistral. Er zieht sich sogar anders an. Okay. Ähm, was haben wir denn hier? Einen Rucksack. Schweinefleisch. Unten in der Truhe. Mangan. Aber mehr ist hier nicht. Wir können wieder nach unten gehen. Und springen. Zum Gruß. Alles gut. Rädel, Rädel. Okay. Ja, das habe ich ja auch alles. Das kostet bei dir halt das Zehnfache. Meine Sachen sind ja noch recht günstig. Der Rubin ist gar nichts wert. Aber man kann sie direkt so verwenden. Oh, von normal auf erlesen. Der Hohenstein ist schon ein Aufwertungs-, ein Härter. Für die Schmiedekunst. Okay. So, Obst und Gemüse. Fischfängerin. Alles, was diese verkauft, ist frisch. Außer das, was eindeutig als alt gekennzeichnet ist. Dann zeig mal her. Oh. Die hat ja alles. Hat die auch Rezepte für mich? Oh, nee. Jetzt einfach solche Sachen zu kaufen, das ist nicht so mein... Ich finde die nicht so toll. Ich würde lieber, wenn sie jetzt Rezepte hätte, hätte ich welche gekauft. Um selber was herzustellen. Das ist wieder eine Feuerstelle. Kann ich hier wieder was brauen oder kochen? Leider nein. Alles schon verwendet. Verwendet. Aber dass es hier kein Anbieter gibt für... Ähm... Lauten. Da ist Ratsundar. Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seiner südlichen Küste nur unzureichend beschützen können. Ich verstehe. Und sanft schon. Er mag betrunken sein. Aber Ratsundar ist ein schnittiger Läufer. Wartet ab. Ja, wie... Will sie ihn jetzt klar machen? Klasse. Guten Tag. Seid ihr mit dem Sturm gekommen? Ich bin sicher, dass ihr da draußen einen großen Durst entwickelt habt. Hat er eine Laute? Er hat auch keine. Schade. Gut, dann muss ich mich erstmal noch gedulden. Dann finde ich vielleicht irgendwann eine. Mit ein bisschen Glück. Salura. Einige mögen es nicht, wie Harani Mistral führt. Aber dies ist so eine kleine Insel. Stürme, Piraten und sogar Maorme bedrohen uns. Trotzdem sind wir noch hier. Unsere Anführerin, sie ist schlau, ja? Sie sieht, was getan werden muss und tut es. Über wen kann man das sonst sagen? Da habe ich dir recht. Und Gintor? Ich sitze auf einem Pier, um alles zu beenden. Und der Silvener erscheint. Gebt nicht auf, sagt er. Das Grün sorgt für all seine Setzlinge. Ihr braucht nur etwas Sonne. Winkano kommt am nächsten Tag zu mir und sucht nach Seeleuten. Kann gar nicht dran denken, dass ich fast aufgegeben hätte. Aha. Im Deutschsturz, Streunelrudel, dieser furchtbare... Feuerudel. Schaut zu Riddeltar. Hat er Jakajais, der Skoma-Katze, und den anderen überlassen? Nein. Er hat es für uns alle behalten. Unter seinem Bauch. Damit alle folgen können. Das ist wahr. Wisst ihr? Was ist schon wahr? In Jakajai finden wir uns selbst. Unseren Platz in der Welt. Unseren Weg durch ihre Prüfungen. Während wir diesen Weg folgen, finden wir Zucker, der überall um uns herum verborgen ist. Und das macht uns glücklich, ja? So glücklich. Alles klar. Ach sie, sie singt da schön mit ihrer Laute. Ich will auch so eine. Naja, muss ich mich noch etwas gedulden, ne? Leider. Was ist denn hier los? Schick auch. Der Silvener ist nach Mistral gekommen. Bevor der Monat um ist, werden wir Foulmeet zu den Geschichten eines Webers trinken. Der Silvener? Ihr wisst es nicht? Wo König Eradan über das Volk von Walenwald herrscht, hütet der Silvener unsere Seelen. In seinem Zusammenspiel mit der Grünen Dame können wir unser volles Potenzial erkennen. Die Grüne Dame? Wenn der Silvener unser Geist ist, dann ist die Grüne Dame unsere Stärke. Ihr körperliches Geschick ist beispiellos und sie ist eine Meisterin der Kampfkunst. Wenn wir alle so stark wären, könnte sich uns nichts in den Weg stellen. In Ordnung. Auch wieder ne... Hat auch wieder ne schöne Laute. Du auch? Jeder kann singen. Diese ist hier, um Neuigkeiten aus der Ferne zu hören. Schick auch. Gut, liebe Leute. Ich hab noch keine Laute bekommen. Stattdessen lausche ich jetzt noch ein wenig den lauten Gesängen hier oder den lauten Klängen. So rum, nicht Gesängen. Und ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Euer Van Bergen. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. Vielen Dank.